Frenkel frottelt. Heute. Let's play Happy Wheels. So. Ich spielte es ja nur, weil ich muss. Komm ich da jetzt noch hoch oder nicht? Oder muss ich jetzt wieder zurück vielleicht? Moment. Ich hab nicht so genau gelesen. Ja. Oh. Das war, glaube ich, ein Fehler. Ja. Da muss ich irgendwie drüber wegkommen irgendwie. Einmal versuche ich es noch. Und schön weiter. Jetzt muss ich an den Knopf ran. Und wieder zurück. So. Und da sind wir vorhin eigentlich ganz gut drüber gekommen. Und zwar in dem Fall. Oh. Ah. Der hat mir die Hämorrhoide rausgehackt hinten. Habt ihr es gesehen? So. Und jetzt wieder hier vorsichtig. So weit sind wir schon mal. Komm. Mach auf. Button. Okay. Und jetzt muss ich dann da wieder runter. Ne? Oh Mann. Ey. Naja. Solange wir die Hände noch im Lenker haben, ist ja alles in bester Ordnung. Jetzt muss ich das irgendwie hier überleben. Dann weiß ich auch nicht, wie das geht. Jetzt fahr ich einfach mal schneller drüber. Jawoll. Meteor Escape. Oh. Das ist ja geil. Komm. Fahr schneller. Da ist ja Indiana Jones ein Dreck dagegen. Jawoll. Ich bin so gut. Ich bin sowas von gut. Bei den Easy Levels jedenfalls. Test your neck. Hard. Okay. Zeig es mir, Baby. So. Aha. Was war das denn jetzt? Das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht begriffen. Was soll ich jetzt hier machen? Help. Okay. Das schleudert mich so ein bisschen vor. Was mir nichts bringt, weil ich ja mit Kopf ankommen sollte, ja? Das ist wie bei euch, wenn ihr in die Schule geht. Da solltet ihr auch mit dem Kopf mitnehmen, ja? Also. Und nicht zu Hause lassen. Jetzt versuche ich es nochmal. Komm. Zack. Was muss ich denn jetzt hier machen? Muss ich vielleicht langsam durchfahren? Das kann doch nicht sein. Da braucht man wohl auch ein bisschen Glück vielleicht, oder? Jawoll. Okay. Man muss dann richtig Gas geben, richtig Stoff geben. Dann flutscht er schnell durch. So. Test your neck hatten wir jetzt gerade. Dead Space. Dead Space. Meinen die Dead Space, das Spiel? Das klingt ja schon mal spannend. Was ist denn für ein Geschrei hier? So. Das ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Weil irgendwie gar nichts passiert. Also das ist wahrscheinlich eine Timingfrage hier. Was ist das denn hier? Das ist ja ekelhaft. Ich kitt. Ich kitt. Ich glaube, ich muss noch neu starten. Ja. Das führt zu nix. Also. Am Anfang muss man gar nichts machen. Und dann später weiß ich nicht so genau. Aber egal. Das ist bei dem Spiel so. Man weiß manchmal nicht so genau, was Sache ist. Außer man... ... 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 Wenn das abreißen würde, das wäre ja was. Aber Moment, ich habe noch andere Tasten. Da tut sich nichts. Einen Versuch mache ich noch mit Schmackes und dann habe ich keinen Bock mehr. Auch wenn das eine sehr lustige Stelle ist. Das sollte man nicht nach dem Frühstück spielen. Manchmal habe ich so den Eindruck. Komm, weiter. Ach, komm. Ja, also bitte. So nicht, Freundchen. Das möchten wir dann doch schon nochmal ausprobieren. Da sind wir ja vorhin schon locker vorbeigekommen. Auf. Ach du Schande. Habt ihr das gesehen? Das war ein Penis. Und wieder Haken am Penis. Das war ja ganz ekel. So, jetzt komm. Los, hoch. Ach, shit. Ja, und jetzt bin ich hier wieder aufgespießt. Das eine hat losgelassen, immerhin. Stimmt das beim anderen auch noch? Äh, ja, nein. Also manchmal hilft dann der Fahrradhelm auch nichts. Okay, vergessen wir. Anderer Level. Was haben wir denn noch? Slender. Oh, Slender klingt gut. Slender ist ja so ein anderes Spiel, was gerade total in ist. Das ist ein großes Spiel. Das heißt, das ist irgendwie sowas. Was war das? Aha. Das habe ich jetzt nicht so ganz mitgekriegt. Komm. Schlender doch einfach mal so ein bisschen durch den Wald. Ach so. Das ist nicht wahr, oder? Ich muss da hochspringen, oder wie? Das ist nicht wahr. Komm. Ich dachte, ich muss da vielleicht hochspringen, aber... Was ist denn das hier? Also ich weiß nicht, soll man an der Stelle erschrecken? Ich erschrecke überhaupt nicht. Aha. Das war ja jetzt fast ein bisschen enttäuschend. Das war ja irgendwie... Ja, so ein bisschen Timingfrage, aber... Epic Thought Throw. Das habe ich irgendwann, glaube ich, schon mal ausprobiert. Da weiß ich nicht, wie es geht. My first level. Na gut. Versuchen wir mal die anderen Tasten noch. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau drücken muss, damit er dieses blöde Kackschwert nimmt. Das ist ja ein bisschen blöd jetzt, weil ich wirklich nicht weiß. Es gibt ja noch so andere Tasten, die man drücken kann. Die angeblich was bewirken. Wie ich das jetzt gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ah. Ah, okay, jetzt weiß ich es. Mit der Space Taster kann man zupacken. Und dann kann man schmeißen. Zack. So, jetzt ist nur der... Blödmann da hinten am Leben. Komm. Ich denke dich mal ein bisschen an. Kugel dir wenigstens ein bisschen die Schulter aus, dann kommst du auch hin. Komm. Weichei. Ne, da komme ich jetzt irgendwie... Da komme ich jetzt irgendwie nicht mehr hin. Weil er sich nicht anstrengt. Also. Ich habe es ja fast geschafft gehabt, bis auf einen, glaube ich. Ich glaube, der Frenkel ist der einzige Mensch der Welt, der es schafft, sich hier auch noch selber umzubringen. Das ist ja unglaublich. Komm. Ja. Schön. Vorhin ging es noch so gut. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es geht. Muss ich dann gedrückt halten oder? Moment mal. Komm. Wenn ich jetzt hier loslasse. Ne. Ich muss gedrückt halten. Jetzt nimmt das Schwert hier, du blöder Arsch. Ich komme nicht dran. Da war der erste Durchgang irgendwie noch der erfolgreichste. Und bei dem Kind, das da ist, da steht Noob. Weil es offensichtlich sehr einfach ist. Ja. Das sieht so aus. So. So. Und jetzt habe ich mich wieder gekillt. Selber. Mann. Das nervt jetzt. Das nervt jetzt. So. Das war doch schon mal nicht schlecht. Komm. Nicht in den Rücken. Nicht in den Rücken. Oh, scheiße. Oh Gott. Ah. Habe ich es wieder hingelegt. Also so ganz ist mir das noch nicht klar, wie es geht. Ich kann mit Space zupacken. Jetzt aber anscheinend nicht mehr richtig. Oh. Ah. Aber wie das mit dem Werfen funktioniert. Das ist so ein bisschen. Ein bisschen tricky. 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 Komm. Ein Versuch noch. Das war doch schon mal gut. Der nimmt den anderen auch noch gleich mit. Oh, lecker. Das ist ja witzig. Also das ist ja wirklich witzig. Ah, komm. Das muss zählen. Komm. Pack zu. Das war Chuck Norris. Der hält ja gar nichts aus. So. Und jetzt komme ich da natürlich nicht mehr irgendwie so einfach hoch, ne? Der Willi war da. Huch. Ja, ich wüsste, dass ich das komische Rad da treffen. Dann könnten die das da wieder hochschleudern, die Schwerter. Aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme gerade. Jetzt habe ich es. Ei, ei, ei. Der schwarze Mann da, der hat ein Problem, ne? Jetzt nicht mehr. So, und jetzt müsste ich es noch schaffen. Ich müsste es noch schaffen. Dieses Schwert, was da noch rumliegt. Noch auf diese Schleuder zu. Ah, okay. Vergessen war es. Exit to menu. Nächster Level. Bottle Run. Okay, das war das mit dem Fahrrad, glaube ich. Was mir in den letzten Folgen so schwer gefallen ist. Da habe ich aber ein paar Tipps gekriegt. Mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar, dass ich da irgendwie so ein bisschen... Genau. Ich soll ein bisschen nach links und rechts lenken, wenn ich da drüber gehe, hat irgendeiner geschrieben. Und dann ist es wohl so, dass man so leicht schweben kann. Das versuchen wir jetzt mal hier. Ja, wunderbar. Da hat endlich mal ein Tipp funktioniert von den Zuschauern. Die schreiben ja so viel Scheiße sonst immer in die Kommentare, gell? Aber das, das hat was geholfen. So, Bottle Run. So, Bottle Run. 50 B. Oh Gott. So was in der Art hatte ich auch schon mal. Kannst du den impossible Pogoman-Jump machen? Ja, ich erinnere mich. Das war das Problem. Komm. Also man kann höher hüpfen, wenn man... Was legst du denn nicht da hin? Das ist ja albern. Komm, jetzt... Du wirst doch da hochkommen. Das hast du doch vorhin auch geschafft. Der ist aber auch zickig hier. Jetzt wird es mir gleich zu doof. Warum habe ich das vorhin geschafft? Was habe ich denn da gemacht? Das sind ja lauter Verhungersprünge hier. Also wenn man die Space-Taste länger drückt... Komm jetzt, los! Gut. Jetzt weiß ich zumindest, was ich machen muss, um so hoch zu springen. Glaube ich. Ja. Ja, ich habe es geschafft. Oh Gott. So. Was haben wir denn da noch? Three Level Throw. Sehr schön. Okay. Das muss ich werfen, oder was? Ach so. Das ist so ein Ziel... Zielwurfspiel, oder wie? Sehr lustig. Dazu muss ich jetzt wieder erstmal hier... Jawoll. Ah! Ha! Ich bin ja so richtig gut. Preparing Level 2. Na, das war doch meine Leistung gerade. So. Level 2. 300 Punkte, ey. Ganz schön stressig. Das ist... Komm! Atlas, wirf die Welt von dir! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was! Vielen Dank.